Uhr löschen an einer CPU. Wir haben hier den Schlüsselschalter. Der steht im Moment auf RUN oder RUN P. Den drehen wir in Richtung Modul Reset. Die Stopp LED blinkt langsam vor sich hin. Wir halten den 3 Sekunden fest, bis die Dauer nicht hat. Dann lassen wir los und jetzt kommt der entscheidende Punkt innerhalb von 3 Sekunden wieder runter. Und halten noch hier weitere 3 Sekunden fest. Wird kurz angezeigt durch eine Fehler LED da oben. Die geht auch wieder aus. Wir lassen los, gehen in Richtung RUN. Uhr löschen ist durchgeführt.